Hey Leute, was geht? Crazy is back mit einem neuen Video im Gepäck, so sieht es aus. Ja, willkommen zu einem erneuten Crazy Vlog, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, bei uns in der Nähe gibt es jetzt hier die NDR Sommerparty. Und ein Kollege von mir will da auf jeden Fall hin und ich hab mir gedacht, komm, schauen wir auch mal vorbei. Why not? Also los und raus da. Ja, in Folge dessen werde ich da heute auch am Start sein und werde einfach mal meine Kamera mitnehmen oder meine beiden Cams mittlerweile. Und ja, wollen wir uns mal überraschen lassen, was passiert. Hoffe, dass ihr dabei seid und hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß findet bei dem Video. Und ja, ich würde sagen, stay tuned, so sieht es aus. Ich bin hier wieder raus. So Leute, was geht? Wir sind jetzt hier auf dem NDR-Fest in Gabsen. Sommerparty. Let's do this. Ja, der Kollege Consolero ist auch am Start. Hallo, guten Tag. Also, falls es lauter wird, ihr wisst Bescheid. Party time! Ich bin nicht hier zum Essen, ja. Ich hatte heute schon zwei Burger. Hallo! Hat er Durst oder was? Da müsste ich mein Portemonnaie rauskraben. Nee, brauchst du nicht. Dann, ja! Die große Schorle, bitte! Ja, auf jeden Fall schon gut was los hier, Leute. Oh, hier, die neue GoPro. Jo! Wo macht man einen Werb? Mann, das ist gar ne Ahnung! Ich könnte erstmal Käppchen gehalten. Wir sehen uns auf, was wir schon erscheint! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Wir sehen uns beim nächsten Mal! ... und dann werden wir draußen! die guten dominos höchstwahrscheinlich ja hier müssen wir aber richtig auch sehr sehr schön ist auf jeden fall schon eine menge los hier aber irgendwie fehlt noch die party viele leute aber keine party ja alle stehen gucken vor allem finde ich das bei diesem video hatte ich ja gerade schon gesagt bei diesen veranstaltungen da gibt es einen fetten display meine lieben freunde ja und da wird jetzt erstmal nachrichten und also ein scheiß gezeigt also leute das nennt man doch sommerparty nicht nachrichten party oder das war schön aufs porzellan und wir finden den weg nicht doch aber es ist einfach zu folgen ja oder wir steigen so meine lieben freunde wir machen jetzt noch mal einen mini rundgang werden uns jetzt noch mal hier ein bisschen umgucken und dann geht es auch schon wieder nach hause ja diese live acts die eigentlich kommen sollten sind bis jetzt noch nicht aufgetreten und wir sind jetzt schon ja anderthalb stunden knappe zwei ich weiß es nicht ja über zwei stunden sind wir schon hier und es war noch nicht ein live act da es gibt doch leider irgendwie kein kein plan irgendwie wann was kommen soll oder wann wer weg ist wie auch immer gibt es halt nicht deswegen machen wir gleich wieder eine düse so schaut es aus ich habe ihn süchtig gemacht ja genau man kann das auf jeden fall für dieses jahr abhaken ndr sommerparty crazy memphis war am start das ist ich habe den perfekten zeitpunkt gewählt kommt wir fahren jetzt ab von hoffen ja denn die immer lacht das muss ich mir jetzt nicht mehr geben god damn right sehr schön das war 40 der geburtstag da der dj auch gesagt jetzt bringe ich mal einen knaller das ok und alle weg alle raus sehr gut sehr gut hey bist du youtuber ja ja wie heißt dein kanal? mein kanal heißt memphis playing so wie es auf akepi steht memphis ich könnte ja mal hallo sagen hallo alles klar wünsche euch was ciao so meine lieben freunde ich verabschiede mich jetzt hier wieder ich hoffe es hat euch trotzdem ein wenig gefallen auch wenn es ein bisschen lame ausgefallen ist aber kann man leider nichts machen und ja ich würde sagen wir sehen uns dann zum nächsten crazy vlog und ja stay crazy so sieht es aus konsuliere und ich sind wieder rock house so sehten es schon wir wir mal wir es wir mit wir wenn rod das wir Bis zum nächsten Mal.